Hey Leute, heute habe ich diese Raupe von meinem Haus gefunden. Wir haben dann gleich nachgeschaut im großen Raupenbuch und entdeckt, dass es der große Nachtpfauenfalter ist. Der größte Falter in Österreich. Ich habe ihn dann auf meine Hand gegeben und habe die Raupe zu einem sicheren Platz gebracht, wo sie niemand entdeckt und wo sie in Sicherheit ist.